so na denn was passierten jetzt wenn ich viele terme habe terme sind mathematische ausdrücke das ist ein term nur die minus 8 ist ein term nur plus x ist ein term auch das ganze ding ist ein term na und so weiter was mache ich jetzt gibt es einen einfachen trick der übersichtlichkeit halber schlage folgendes vor unterstreicht einfach weil ich meinetwegen alles was x heißt aber immer mit vorzeichen und wenn ihr das gemacht habt bleibt was übrig was nicht x heißt und das braucht man nicht zu unterstreichen so und jetzt im nächsten in der nächsten zeile fassen wir zusammen zusammenfassen ich schreibe immer zus hin dann weiß ich wenigstens sind daher was ich gemacht habe also auch obwohl ich schon ein bisschen mathe kann mache ich das trotzdem das machen auch große mathematiker die schreiben lieber ein bisschen mehr als das mist machen also zusammenfassen jetzt bin ich ja in der beneidenswerten lage dass ich das alles schon unterstrichen habe und sagen okay 5x und noch ein x ist 6x und das sind dann vier dazu sind 10x 10x über eine zeile mehr schreiben nicht weiter nachdenken minus 8 und zwei dazu sind minus 6 und das soll zwölf sein na gut jetzt geht es wieder klaps rückwärts also erst die strichrechnung erledigen ich weiß die 10 stört auch aber guckt in den anderen mugs nach da geht das ist es noch mal erklärt also sage ich ok plus 6 dann habe ich hier 10x schreibt immer schön die gleicher zeichen untereinander es ist eure übersicht und hier steht 18 gut wird stört noch mal 10 also durch 10 und ich habe x ist gleich 18 zehntel na schön ist das nicht aber wer das weiß der sagt entweder ich kürze aber dann komme ich auch noch nicht so weit noch gekürzt hieße das natürlich zwei kann man kürzen 9 fünftel einfacher da ich durch 10 ganz schick und glatt teilen kann sage ich das ist bloß 1,8 wie das geht in den anderen videos nachgucken ich werde dann mal ja das mache ich mal hier ich werde mal hier schnellen link dazu einblenden wie man ganz schnell brüche wieder zurück verwandelt so ich hoffe es hilft denn viel spaß spaß kommt dann wenn man es kann